Wir sind heute im Gespräch mit Anna Lupo, die am Deutschen Seminar ein Dissertationsprojekt verfolgt mit dem Arbeitstitel, ich hoffe der ist noch aktuell, Antigones Gattungen Studien zur Rezeptionsgeschichte in Theorie und deutscher Literatur. Liebe Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, etwas von deinem Projekt zu erzählen. Gerne. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte am 23. Februar 2021, also tatsächlich erst ein paar Tage her, eine Bibliothek des Schreckens, eine Schmerliste der Schulliteratur, die in diesem bekannten gelben Reklamheftchen erscheint oder auch Orangen. Guckles, Antigone, Watzle zwar nicht dabei, aber viele Menschen erinnern sich vielleicht noch mit mehr oder weniger positiven Gefühlen an die Erstbegegnung mit dieser Figur im Deutschunterricht und eben in diesem schulischen Kontext. Was fasziniert dich denn dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb eigentlich an dieser Figur und der ja im höchsten Maße unheilvollen Geschichte, die sich jedenfalls bei Sophocles ja auch über eine ganze Trilogie ausspannt? Also ich habe tatsächlich meine ersten Begegnungen mit Antigone waren nicht während der Schulzeit, sondern erst im Studium. Da habe ich ein Seminar besucht, eben eigentlich genau zu meinem Thema, zu meiner Dissertation, zu meinem Dissertationsthema, wo es um die Theorie und die Literatur über Antigone ging. Und so habe ich diese Figur kennengelernt. Aber jetzt unabhängig von dieser Gelegenheit quasi, die ich im Studium gehabt habe, interessiert mich Antigone, würde ich sagen, auch weil es so eine alte Geschichte ist. Eben, das ist eine mythologische Frauenfigur. Es geht um einen Mythos, der von Sophocles verarbeitet wurde im 5. Jahrhundert vor Christus. Und das hat uns scheinbar heute noch etwas zu sagen. Und eben quasi diese Verbindung zu schaffen, von der Antike bis zur Gegenwart, das fasziniert mich unheimlich. Ja, aber wenn man sich so die Themen anschaut, die da verhandelt werden, so Inzest, Rache, Tyrannei, Suizid. Natürlich also die Figur der Antigone, die sich dann diesen Terror des Staates widersetzt. Also sie lässt ja ihren Bruder Polyneikes gegen den Willen Krayons bestatten. Könnte man sagen, dass die ja im Prinzip stete Aktualität dieser Themen und auch der damit verbundene Bedarf an Widerstand durchaus mit allen Mitteln eben Antigone zu, also nicht nur zur Faszination für dich, sondern auch anhaltend eben zu so einer großen Rezeption verholfen hat, die ja für dich die zentrale Rolle spielt. Ja, auf jeden Fall. Also Antigone wird heutzutage vor allem eben, wie du schon gesagt hast, als politische Widerstandsfigur gelesen. Aber das ist natürlich nicht die einzige Interpretation, der man dieser Figur zuschreiben könnte. Und wie du sagst, die Geschichte ist eigentlich ziemlich einfach und banal. Sie widersetzt sich einfach dem König von Theben, um ihren toten Bruder zu bestatten und er hängt sich dann, weil sie eben von diesem König deswegen bestraft wird. Und man versteht heutzutage eigentlich nicht mehr so genau, was ist mit dieser Bestattung und mit dieser Beerdigung und mit diesem, ja, wieso ist das so wichtig? Und ich denke, wenn man eigentlich eben diese Umstände noch bei Socopless analysieren wollen würde, dann müsste man schon einen Altphilologen fragen. Aber was mich interessiert und eben die moderne deutsche Literatur auch ist, denke ich, ja, warum hat, warum macht diese Geschichte eigentlich noch Sinn für uns heute? Und sie ist tatsächlich eben eine Identifikationsfigur, eben auch in Zeiten moderner, globaler Krisen, wie wir sie ja heute auch erleben. Es ist eine Frau, die sich gegenüber einem mächtigen Mann widersetzt. Es ist gleichzeitig auch eine Schwester mit einer belasteten Familiengeschichte. Und all diese Facetten dieser Figur führen ab, dann zu diesen unterschiedlichen Deutungen, die sie in der Philosophie und Literatur hält und sie eben auch immer noch aktuell macht für uns. Das bedeutet ja eigentlich fast, dass es sozusagen einerseits die totale Alterität irgendwie ist. Also wie du gerade auch gesagt hast, wir verstehen eigentlich gar nicht mehr, was ist denn das Problem? Und andererseits aber trotzdem, also gerade deshalb irgendwie auch Aktualität. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Das finde ich jetzt wirklich sehr spannend. Ja, also das ist noch so das Geheimnis, dass ich auch entlüften muss für mich und eben in diesem Dissertationsprojekt vielleicht auch. Ich habe mich auch gefragt, was dazu führt, dass diese Antigone gleichzeitig irgendwie noch diesen Namen trägt, Antigone und dieser Bezug, diesen Bezug zum Mythos herstellt und gleichzeitig doch so verschieden immer wieder rezidiert wird. Und meine vorläufige Antwort darauf ist, dass es eben eigentlich gar nicht so sehr um ihre Identität handelt, weil die Identität ändert sich ja immer wieder, sondern eigentlich um das, was sie tut, um ihren Widerstand oder beziehungsweise um ihre Ambivalenz. Weil bei Sophocles ist es bei weitem nicht so klar, wieso sie eigentlich unbedingt sozusagen ums Verrecken ihren Bruder bestatten möchte gegen den Willen des Königs. Und diese Ambivalenz löst dann eben diese unterschiedlichen Interpretationen aus. Und das ist das, was vielleicht Antigone zu Antigone macht. Sie hinterfragt damit eigentlich auch alle Versuche, sie auf eine eindeutige bestimmte Antwort zu fixieren. Sie ist immer diejenige, die Nein sagt und die Grenzen überschreitet und gegen ein Recht verstößt, um ein anderes Recht zu verteidigen. Und diese Ambivalenz, diese Konfliktualität oder auch dieses Dilemma, das ist das, was uns eigentlich immer wieder umtreibt. Ja, das verstehe ich. Also es gibt sozusagen durch diese Ambivalenz, die bei Sophocles angelegt ist, so eine Erklärungsbedürftigkeit, dass es immer wieder zu so neuen Erklärungsversuchen Anlass gibt und irgendwie neuen Interpretationen, auch neuen Kontextualisierungen dann in der Literatur. Ja, es geht aber ja nicht nur um den Widerstand gegen den Staat. Also da kann man sich ja durchaus, gerade auch in Bezug auf Frauenfiguren, durchaus sehr aktuelle Beispiele imaginieren. Sondern es geht ja auch um Widerstand in der eigenen Familie. Spielt diese psychologische Dimension der Figur für dein Projekt auch eine Rolle? Ja, auf jeden Fall einen ganz wichtigen, und zwar sowohl in der Theorie als auch in der Literatur. Das kann man mit der Theorie bei dem Psychoanalytiker Jacques Lacan abholen, der eben gesagt hat, dass eben diese inzestöse Vergangenheit, diese Familiengeschichte, Antigone ist ja eine der Töchter des Oedipus und seiner Mutter Jokaste, dass diese Familiengeschichte eben eine sehr große Rolle spielt. Und er interpretiert Antigone als eine todesgetriebene Figur, also als eine, die eigentlich so stark belastet ist von ihrer Vergangenheit, dass sie eigentlich das nur noch aktualisiert, indem sie ihren Bruder bestattet und eigentlich dadurch auch quasi diesen Inzest, wieder diese inzestöse Familiengeschichte nochmal bestätigt und damit eigentlich zu einem Modell für die Psychoanalyse wird und von der Funktionsweise unserer Psyche. Das ist jetzt komplexer, als ich es jetzt so kurz erläutern kann. Aber in der Literatur spielt es dann auch eben eine Rolle, nicht nur in der Psychoanalyse, sondern auch als Psychologisierung dieser Figur. Eben bei Hölderlin, also ganz am Anfang ihrer literarischen, modernen Rezeption, ist sie da eben eine Figur, die deren Schicksal eben eigentlich nicht mehr vom Rat der Götter abhängt, sondern eigentlich sie ist selbst für ihr Schicksal verantwortlich und sie unterliegt der Macht der Wörter eigentlich und nicht mehr der Macht der Götter. Und diese Verschiebung eigentlich vom unabwendbaren Schicksal, das außerhalb des Menschen liegt, zum selbst geschmiedeten eigenen Schicksal bei Hölderlin, das ist so auch ein Termin dieser Antigone-Figur und in der Tatsache, dass sie eben sehr stark psychologisch auch wahrgenommen und interpretiert wird. Ja, genau, vielen Dank. Also du hast genau eine super Überleitung, du hast ja schon zwei Texte genannt, also einen theoretischen, also Lacan oder ein Komplex von Texten und Hölderlin. Vielleicht bevor wir weitersprechen, kannst du noch ein paar mehr Texte nennen, die irgendwie zu deinem Korpus gehören oder, also oft ist es ja so, dass sich so ein Korpus auch immer noch so verändert, aber was ist jetzt so zur Zeit irgendwie auf deinem Schreibtisch? Ja, also wenn man jetzt die Rezeption in der Philosophie anschaut, dann bin ich quasi sozusagen gezwungen, bei Hegel anzufangen, weil da startet ja die moderne Rezeptionsgeschichte auch und gehe dann eben über Goethe, Schelling, Lacan, Kierkegaard, Heidegger bis zu Butler. Das ist so die kanonische theoretische Rezeption, die aber eigentlich eine kleinere Rolle in meinem Projekt spielt, weil es eben doch noch stärker um die Literatur geht. Und da fange ich parallel zu Hegel auch bei Hölderlin an, wie schon gesagt, gehe dann rüber zu Brecht. Das sind so die zwei Autoren, die eigentlich, glaube ich, noch allen mehr oder weniger bekannt sein sollten. Und dann mit einem starken Fokus im 20. Jahrhundert mit Autoren, die eben weniger bekannt sind. Hasenkleber, aber auch Anoui aus der französischen Rezeption, vielleicht aus der Schulektüre noch in Erinnerung. Und dann eben Elisabeth Langesser, Grete Weil, Rolf Hohuth, aber auch Juli C. und Philippe Dienz-Ein-Muglu. Das ist so mein Korpus. Das sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ich mir anschaue. Das ist ein ziemlich großer Stapel jetzt also auf deinem Schreibtisch. Und das sind ja so diese zwei komplexe, einmal literarische Rezeption und dann die theoretische Rezeption. Also methodisch soll es dir ja, glaube ich, wenn ich das recht verstanden habe, eben um das Verhältnis zwischen den literarischen Antigone-Bearbeitungen und sozusagen diskursgeschichtlich den weitaus, vielleicht sogar erfolgreicheren Antigone-Theorien gehen. Und das ist ja eine gattungstheoretische Perspektive, richtig? Also wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin eigentlich von der Beobachtung ausgegangen, dass in der Antigone-Rezeption eben die Philosophie extrem dominant ist. Also wenn man von Antigone redet, dann hat man eigentlich Hegel im Kopf, dann hat man eben die Familie gegen den Staat, Antigone gegen Creon. Und darauf bezieht sich dann auch die ganze Philosophie immer. Sie gehen immer zurück zu Hegel und versuchen eigentlich zu widerlegen, was Hegel gesagt hat. Und eben wenn man von Antigone redet, dann hat man eben diese philosophische Rezeption im Kopf und nicht so sehr die Literatur, obwohl die ja eigentlich auch sehr, sehr vielfältig und facettenreich ist. Und vor allem noch nie so in einer Reihe gestellt worden ist. Ja, und ich schaue mir jetzt eben, ich versuche dann Literatur und Philosophie irgendwie im Verhältnis zu setzen über die Gattung und über dieses Gattungsargument. Und das so ganz knapp und kurz gesagt, das könnte man ja so sagen, eben die Philosophie versucht, indem sie sich immer wieder auf Hegel bezieht, eigentlich eine Tragödien-Theorie zu machen. Also wir haben hier mit der Tragödie, mit der Tragödie, mit der Gattung der Tragödie zu tun. Sie beziehen sich alle auf Hegel, der sich auf Sophocles bezogen hat. Und diese Rezeption der Philosophie findet immer nur innerhalb der Gattung der Tragödie statt. Wohingegen aber in der Literatur, wenn man sich das anschaut, geht es eigentlich nicht so sehr um die Tragödie. Die spielt bei Hölderlin noch eine Rolle. Aber da ist sie ja auch eine moderne Gattung. Sondern da kommt Antimon ja auch als legendarische, als novellistische vor, auch in einem Roman vor, auch als Erzählung. Also noch viel lebhafter irgendwie als in der Theorie, wo es eigentlich immer um diese Tragödie geht und um einen stark negativ behafteten Diskurs auch. Und das ist so, dieses Gattungsargument soll eben quasi die Brücke schaffen zwischen Philosophie und Literatur. Ich hoffe, dass ich genug verständlich war. Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also es geht ja dann eben auch um quasi eine Rehabilitation oder gar nicht eine Rehabilitation, sondern irgendwie eher eine Aufwertung der literarischen Rezeption, weil sie hinter der philosophischen Theorie also so eigentlich stiefmütterlich behandelt wurde, oder? Ja, ja. Ja, genau. Also das bedeutet ja auch, dass die von den späteren AutorInnen gewählten literarischen Gattungen, also das ist eine ganze Reihe genannt, die eben nicht Tragödien sind, aber auch mit ihren jeweiligen Vorgaben, die Rezeptionsweise und die Interpretation des Textes und vor allem natürlich das Verständnis der Figur Antigone bestimmen. Richtig? Ja. Genau. Magst du das vielleicht irgendwie an einem deiner Texte, vielleicht einer, der dir besonders am Herzen liegt, noch mal ein bisschen näher erläutern? Ja, gerne. Also ich könnte ja wieder bei Hölderlin anknüpfen. Da habe ich ja schon gesagt, dass eben Hölderlin das Genre der Tragödie modernisiert. Also er macht, er übersetzt eigentlich Sophocles, aber das ist dann eben nicht mehr dieser Sophocles, der in der Antike da war, sondern eigentlich eine moderne Tragödie. Und an Hölderlin knüpft dann eben Brecht an. Und Brecht, was macht Brecht? Der, ja, knüpft bei Hölderlin an eigentlich, um nicht nur diese Antigone-Figur, wie ich schon sagte, zu psychologisieren, sondern sie eigentlich und vor allem zu aktualisieren. Also Antigone wird bei Brecht dann völlig im Kontext des Zweiten Weltkriegs versetzt und zu einer Widerstandsfigur nobilitiert. Aber Brecht geht es wahrscheinlich eher nicht so sehr um den Widerstand, sondern um die Problematik, die mit diesem Krieg zusammenhängt und was das mit den Menschen macht. Und ja, ungefähr hat das jetzt mit der Gattung zu tun? Denn eben Hölderlin ist eine Voraussetzung in die Psychologisierung und die Modernisierung der Gattungstragödie. Bei Hölderlin ist eine Voraussetzung dafür, dass Brecht dann eben Antigone wieder zu einer Widerstandsfigur eigentlich bearbeiten kann und sie in einem aktuellen geschichtlichen Kontext versetzen kann. Stellt sich mir noch die Frage, ob sich die theoretische Rezeption in der literarischen Rezeption also recht explizit wiederfindet, sodass man vielleicht auch da eine poetologische Auseinandersetzung sehen kann. Also setzen sich literarische Texte, vielleicht auch die ganz modernen, jetzt zum Beispiel irgendwie mit der Antigone-Theorie bei Judith Butler auseinander. Gibt es da so einen Reflex? Das ist eine sehr interessante Frage und das muss ich eben noch herausfinden. Ich glaube eben schon, dass es da auch eine Rezeption quasi der Philosophie in der Literatur selbst gibt. Also dass sozusagen die unreine und ambige Antigone von Judith Butler, die eben Verwandtschaft und Geschlecht überhaupt zur Disposition stellt, weil da auch vielleicht eine Rolle eben zum Beispiel bei Ferit und sein Muglo spielt. Es gibt sogar den Philosophen Shisek, der auch ein Theaterstück geschrieben hat, die drei Leben der Antigone, wo sich eben genau das verbindet, eben philosophische Zitate und literarische Bearbeitungen der Antigone. Und das muss ich mir dann aber noch genauer anschauen, wie, was das da für eine Rolle spielt und ob das auch so eine Verbindungslinie sein könnte zwischen Theorie und Literatur. Auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ja, genau. Also das würde mich dann auf jeden Fall auch interessieren. Da freue ich mich schon darauf, auf deine Auseinandersetzung. Du hast es gerade auch schon gesagt und du hast auch schon Zaymoglus Roman genannt. Also Antigone nochmal, ambivalent, eigentlich ja keine strahlende Heldin und wie ja auch im Suizid nicht gerade zur Nachahmung empfohlen. Das hat man ja auch so in anderen legendarischen Texten. Also der Märtyrer, also gut und schön, der beste Heilige, aber zur Nachahmung nicht gerade geeignet. Ja. Aber der politische Widerstand, wie schon gesagt, also das ist irgendwie besonders aktuell. Aber gibt es, würdest du sagen, einen Kern dieser Figur in der literarischen Tradition, also nicht diese theoretische Schrubbform, von der du schon gerade sprachst, sondern gibt es sozusagen einen Persönlichkeitskern, ja vielleicht, dieser Figur, der sich durch alle Rezeptionen, eben auch bis zu Zaymoglus Roman, also die Geschichte der Frau, 2019 erst erschienen, also aktueller gibt es kaum, immer gleich bleibt. Und wenn ja, welche ist das? Oder welcher Kern ist das? Ja, eben, das habe ich eigentlich schon angesprochen, als ich von der Ambivalenz geredet habe, nämlich, ich glaube, es ist tatsächlich dieses Nein sagen, dieses Grenzen überschreiten und sich durchsetzen wollen. Und das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist, also eben, weil Antimonie ja irgendwie doch nicht zur Nachahmung da sein sollte, wenn man sie beim Wort nimmt und anschaut, was, wo, wo quasi, was hier, wo zu ihr Handeln geführt hat, eben, es ist eine Tragödie, das hat sie im Tod geführt, zum Suizid, aber trotzdem ist das vielleicht doch der Kern, dass, dass diese Ambivalenz oder diese Widerständigkeit, ja doch nicht, sich nicht vereindeutigen lässt. Also Antimonie ist nicht eine Figur, die klare Antworten liefert auf unsere Probleme, seien sie in der Antike, seien sie im 19. Jahrhundert oder heute, sondern sie ist eine Figur, die eben eigentlich immer wieder diese Konfliktfelder und die ethischen und politischen Probleme unserer Zeit immer neu zur Disposition stellt und eigentlich in ihrer Komplexität, auch in ihrer ästhetischen Komplexität aufzeigt und, ja, und dazu auffordert, eigentlich mit dieser, mit diesen Ambivalenzen und mit diesen Ambiguitäten auch umzugehen und, und darin, ja, das auszuhalten und sich immer wieder neu zu fragen, was, was unsere Zeit ausmacht, was, was den Menschen ausmacht und was sind so die Sachen, mit denen wir uns schlagen und uns konfrontieren, bis, von lokaler zu globaler, auf globaler Ebene auch. Ja, das ist jetzt, ja, so eine, so eine, so eine sehr, sehr positive Kennzeichnung auch, diese Figur, jetzt so von deiner Seite, auch völlig nachvollziehbar, aber so in der Rezeption, gibt es da auch ganz kritische Auseinandersetzungen, also, so geht es so, die dann, wo Antigonie zu ihrer eigenen Karikatur wird oder sind das dann literarische Experimente oder haben die dann ihren gesellschaftlichen Ort, kann man da, kann man da so was sehen? Nein, also ich habe das noch bisher noch nicht entdeckt, muss ich sagen, also es ist, es ist tatsächlich eine Figur, die immer ganz ernst genommen wird und die auch, soweit meine These, sowohl in der Philosophie als auch in der Literatur eigentlich dafür benutzt wird, um darüber nachzudenken, was eben den Menschen ausmacht in einer bestimmten Zeit, also sie ist sozusagen so ein Modell für die Conditio Humana zu einer bestimmten Zeit, sie ist Trägerin eines bestimmten Menschenbildes und deswegen eigentlich ist sie, saugt sie eigentlich all die Fragen auch, mit denen sich Menschen in einer bestimmten historischen Situation konfrontiert sehen, also eigentlich immer eine sehr seriöse Figur und ja, sie wird, soweit ich weiß, auch als Comic verhandelt, aber da, ja, es geht eigentlich immer um diese schwierigen Themen und nicht so sehr um die Karikatur Antigone. Vielleicht als Terroristin könnte man sie auch noch bezeichnen, aber das ist ja auch doch auch wieder sehr negativ behaftet. Ja, genau, aber nicht weniger ernsthaft dadurch, ja, genau, richtig. Vielleicht ganz kurz, dann geht es ein bisschen von deinem eigenen Projekt vielleicht weg, aber beschäftigst du oder interessierst du dich für auch bildliche Darstellung der Antigonie? Da wird es ja auch sicher eine Tradition geben, die ja da auch mit im Zusammenhang steht. Ja, also da muss ich sagen, da kenne ich mich sehr wenig aus, obwohl ich, ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert und das wäre durchaus sehr in meinem Interesse davon und mehr darüber zu wissen und tatsächlich ist es so, dass man sich ja auch oft ein Bild von Antigone macht, wenn man sich berühmte Darstellungen in der Bildgeschichte anschaut. Was da, also das, was mir jetzt gerade zu spontanen Sinn kommt, der Moment, in dem Antigone eigentlich immer fokussiert wird oder dargestellt wird, das ist eben dieser Moment der Bestattung, in dem sie da über ihren toten Bruder liegt und eigentlich von diesen Wächtern, die von dem König geschickt wurden, um diesen Erleichtern zu bewachen, da weggezogen wird. Also sie ist eine, die irgendwie eben einfach diese Grenze überschreitet, die sie nicht überschreiten sollte und genau in diesem Moment wird sie dann auch von der Kunstgeschichte in den Blick genommen. und das ist sehr interessant, denke ich. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Konvergenz. Letzte Frage, wie sieht denn jetzt dein Arbeitsplan aus? Also was ist so ein bisschen deine Methode, um in die Arbeit so richtig einzusteigen? Also ich bin, ja, ich bin jetzt gerade, ich fange mit diesem, mein erstes Kapitel behandelt eben die ganz große, eben die philosophische Rezeption der Antigone, sollte nicht ganz überborden, sollte gar nicht ganz, nicht ganz so groß werden, aber ich fange damit an, um eigentlich die Folie für die literarische Rezeption zu schaffen und daran bin ich jetzt gerade. Ich spiele jetzt meine Geschichte darüber, wie eben Antigone immer wieder als Tragödie gelesen wird in der Theorie, um nachher eigentlich in die Literatur einzusteigen und zu sagen, dass sie dort eben noch ganz anders aussehen wird. Eben nicht mehr als so tragisch negativ behaftete Figur, sondern durchaus lebendiger, facettenreicher, bunter auch wird in der literarischen Rezeption. Das ist ein ganz, also ein schönes Schlusswort. Also kann man, also nicht nur dir, alles Gute für dein Projekt, also spannende Erkenntnisse wünschen, sondern auch Antigone, nur das Beste. Liebe Anna Hartz, vielen Dank. Vielleicht gibt es sogar, also, noch zum späteren Zeitpunkt deines Projekts nochmal die Gelegenheit, ein Interview zu führen und zu schauen, also wie geht es vorwärts? Was sind so neue, spannende Erkenntnisse und neue Projektfacetten? Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ja, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.